Willkommen zurück zu einer weiteren Runde! NeuroShorts! Heute mit dem Spiel... Roshart! Das habe ich von einem Freund geschenkt bekommen und deshalb mache ich das jetzt. Also ich mache es auch so, weil ich halt es Interesse habe, Videos zu machen und so. Aber ja, auch aus Liebe. Liebe zu Mitmenschen. Start New Game! Ja. Das war der Tag der große Verkaufung. Der Tag der Unsere Glück verändert. Ich sollte dann wissen, dass es keine solle Sache als Coincidence gibt. Es ist alles verbunden. Ja. Ja. Das ist ein schlechtes Tag. Das ist Big Daddy 427, requesting permission zu land. Big Daddy 427, you're clear to land. Hangar 3 1 R. Caution! Traffic with Ion Turbulence. Welcome back, John. Big Daddy 427. Hangar 3 1 R. Traffic. Check. Much obliged. Ich finde, das hat irgendwie voll viel was von einem Western. Oh, mir gefällt die Atmosphäre jetzt schon. Hey, nicht Trink and Fly. Das ist, das ist uncool. Ich hoffe, du brauchst einen Unfall. Ich finde, das ist mir jetzt schon cool. Ja, Rochard. Haben wir schon öfters gelesen? Checkpoint reached. Äh. So was? Äh. Aha. Ich kann mich ducken. Ich kann die Waffe anheben. Ich kann schlagen auf B. Ich kann hüpfen, wer hätte damit rechnen können. Was ist das für ein Spiel? Oh je. Ja, hab ich mir gedacht. Hey, Mr. Company Man. Gib mir meine Turbo. Mr. Company Man. Gib mir einen Moment. Ich werde ihn holen. Prozax, um den Terminal zu benutzen. Aha. Hab ich es mir doch gedacht. Äh. Nein! Nein! Warte. Achso, ich muss das nicht gedrückt halten. Es reicht, wenn ich es einmal drücke. Aha! Ja, und... F*** damit! Oh yeah! Habt ihr den Pulse Drive für Switchblade? Ja, sicher. Hey, was über die Betten? 300 auf Boston. Danke, Sweetie. Oh, danke, Sweetie! Ouch! Trinkzige Frau! Jungs! Ja, genug ist genug. Wir haben eine Zeit, um hier zu halten. Wir haben eine Zeit, um hier zu halten. Lass sie fertig! Oh ja, in der Skalierung gefällt mir das schon besser. Zoom bitte nicht mehr rein, danke. Blue Force Fields Blocks are animated Objekte. Achso, da kann man nicht mit Objekten durch, okay. Gehen die kaputt, oder gehen die einfach dagegen? Mal Function. Surface Joint 303 offline. Motor Bay unsaved. Here we are, Zero. Oh, come on, not again. Ich soll vermutlich hier runter. Yeah. Press back button to toggle flashlight back. Aha! Computer, unlock Motor Bay Door 3. Access denied. Area out, I'm for safe. Override. SkyRig employee number 90210. Rochard, John. State Deep Override accepted. SkyRig help insurance suspended. Richtig Autotune Roboter, richtig cool. What the hell? It's an adventure. Hey Skyler, we have another faulty droid. I know. Our stuff just keeps falling apart. Did you scan the droid? Ah crap. The main bus controller is fried. Uh oh. You need to destroy it before the core melts. Ah no go. I'm not getting a G lifter lock. Your G lifter has a safety system. Use the maintenance terminal to bypass it. I'll unlock the door for you. Okay, much obliged. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was ich hier gerade mache. Aber mal gucken. Ah, ein richtiger Feinmotoriker. Was? Woah. Den soll ich kaputt machen, ja. Da. Und jetzt. Kaputt. Kaputt. Los. Bam. Oh, ich liebe die Sprüche von dem Kerl. Die sind genial. Ah. Good job. I'm gonna have to order a new droid. Maximilian's not gonna like this. Aber. Erst will ich die Trophäe da unten haben. Äh. Okay. Okay. Woah. Hey, ich kann mir den Kopf gar nicht stoßen. Hüpfen. Ah. Und hüpfen. Ah. 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 Hallerraben. Ah. Oh man. Automatische Kaputt. Oh. Ah. Hä, wie automatisch, ihr kaputt. Warum wirft das jetzt auf einmal mit deutschen Wörtern um sich? Checkpoint reached. Och, wie anziehend. Das hat jetzt schon Sarraza-Niveau. Schäm dich. Okay, da können wir noch nicht lang. Oh, das Rätsel. Nein! Aha, okay. Auf der anderen Schultertaste kann ich das abbrechen. Gravity Control. Never leave home without. Aha. Boah, das wird ein Spiel. Ich glaube, da muss wirklich Geschicklichkeit noch ein bisschen... ...erproben. Kann ich auch höher springen? Ja, klar. Ah. Ja, aber was habe ich jetzt davon? Wui! Boah, das Spiel ist süß. Warum ist das... Wow! Nur keine Hektik, junge Dame. Und, oh, guck mich an, ich bin ein richtiger Rätselmann und so. Boah, Junge, du hast Brüche drauf, ich gehe kaputt. Männlicher Schrei der Freude. Und, oh, guck mich an, ich gehe kaputt. Das ist mir aber jetzt so respekt so. So, aren't you at all curious about that thing? Come on, let's just take a peek. No can do. Maximilian ordered it sealed. Oh, he doesn't have to know. I'd know. We're doing this by the book. Anyway, who knows what's in there? By the book. John, you can be such a square sometimes. Wow! I'm getting some... Where did a bear fit? Oh crap, I didn't lost all power. No! Skylar, do you copy? Come in, over. Ich wusste doch, ich hätte das Ding mitnehmen müssen. Wo wäre ich jetzt ohne das? Was? Nein! Nein, 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 nein. Kiste, du darfst nicht sterben. Nein! Ah, warte mal. Wenn ich jetzt die Schwerkraft umende, müsste es doch eigentlich nach oben gehen. Okay, machen wir so. Woo, baby! Was passiert hier? Ja, los! Space! 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 Whoa! What is happening right now? Leave me alone! There's another one! Smoke that sucker! You boys are trespassing on Skyrig property. I'm gonna have to kindly ask y'all to leave. This asteroid is now the property of wild boys. Eat laser, Tugaheim! Wild boys? Oh, this ain't good. Weißt du was? Frisst der... Wow, der hat seinen Kuppel abgeballert. Da ist der geile mit. Hey, shoot it! Hey, come back, you! Ha, 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 wie schön! Das ist voll handsome! Komm schon! Ja! Wie grazil! Komm schon! Fuck damit! Jaaa, Gewinn an Höhe, Gewinn an Höhe! Baby! Nein! Ich wollte schon sagen, dich nimmst du mir nicht! Ach, Meli-Attack gab's ja auch noch! Aber nein, ich mach das mit nem gezielten Schuss! Bam! Äh, ja! Leute, das soll's gewesen sein! Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, ist ja nur ein kurzer Einblick! Ne, ohne Schatz kennt das Spiel! Ja, ich hab jetzt ne halbe Stunde aufgenommen! Das wird schon Spaß, das runterzuschneiden! Jedenfalls! Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen! Äh... Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Ganzen eine negative Bewertung! Und haut Kritik in die Kommentare! Jedenfalls, wir hören uns! Was bist du, du kleiner... Wuuuh! Baby! That's fucking delicious! Äh, ja! Ja! Wir hören uns! Wir sehen uns! Auf Wiedersehen! Ciao! Wow! Spaaaaaace! Spaaaaaaace! WOOOOAH! ARGH!